Ich dachte, ich hätte noch mehr Folgen auf YouTube über, aber das war irgendwie nicht so ganz richtig. Das heißt, wir machen jetzt mit der nächsten Nacht weiter, weil ich hier aufgehört habe. Das heißt, wir labern eine Runde mit allen in dieser Bar. Los geht's! Ich denke, sie sind aus dem Publikum für diese Spacetour. Oh, 50,000. Das ist viel zu viel. Mit meinem Geld, ich kann es nicht mehr Geld verdienen. Und ich habe ein Geld für dich. Ich würde lieber alle meine Erhöhungen in den Lorten, als in einen von deinen Schemes. Ich denke, Rin könnte es sehr viel, wenn sie einfach... ...sucked ein bisschen weniger. Ich muss mich sagen, ihre Stile ist ziemlich großartig. Kann er nicht einfach Rind dissen? Ich glaube, es geht los. So, von Catherine mit Q auch noch. Ich weiß, dass jemand ein Foto anhängt. Und ich durfte Erikas Kostüme vor der Arbeit anprobieren. Wie sehe ich aus? Ich warte heute Abend wieder auf dich. Schönen Tag. Oha. Oha. Das ist cute. Oh, warte. Ich muss antworten, ne? Steht dir wirklich gut. Was solltest du ab jetzt immer tragen? Du bekämpfst bestimmt mehr Kunden. Oh, wir sind einfach voll cute zu ihr. Meld dich, wenn du Probleme hast. Yes. Ach, wir sind so... Die sind schon ziemlich lieb zu ihr. Stufe 3 abgeschlossen. Finde ich sehr gut. Okay, was geht bei dir? Ja. Oh, das ist so... Es ist verrückt. Es ist verrückt zu denken, dass die Liebe von deinem Leben kann passen Sie bei wenn Sie nicht zu treffen, wenn Sie nicht Ich meine, wenn Sie nie nie zu der Reunion waren, Sie und Catherine nie würden sich nie wieder zusammenkommen. Life ist all about timing, huh? Planung out your life ahead of time ist ein waste of effort. None of us have the future we thought we would when we were kids. All we can do is move along. Vincent's stealing your line, Reverend Johnny. Hey, I'm just a stray sheep in the field of life too, you know. Now that's Vincent. Cheating twice? He's really gone astray. I never thought you'd be one to cheat in the first place. I can't believe it myself either. Still, you're a better man than me. Johnny? Better or just more appealing to be around? Because he's less of an asshole than you. What? I am not. Ah, so uh, you're a bigger asshole. Uh, my phone. Hello? Shit, her. What do you mean, oh shit? Oh yeah, were you at the cafe near your place around lunchtime? Uh... No, I wasn't. I couldn't have been there. You must have seen someone else. Hahaha. Really? I thought I saw someone who looked like you from the back. Huh? I swear, I don't know what you're talking about. Oh, is there a cafe by my place? There are plenty of cafes everywhere. Oh shoot, it's burning. I'll see you later. Later? Wait, the hell? I guess it's a checkmate for you pal. Wow. And people are free to have whatever kind of relationship they want. But, uh... You've been with Catherine so long that it's probably time. Congrats on having a kid. Let's do something to celebrate. It's not for sure yet. She said... She wouldn't tell you unless she was really sure. They're gonna do the right thing, right? Hold on, Johnny. What are you upset over? Heck, I wanna get married soon. You wanna meet my parents and ask about how they got married? Go back home and drink some chocolate milk, kid. Come on, why you gotta go there? Well... Milk goes with everything. You know, I take it back, Toby my boy. I'm a man, come on. I'm gonna see if the bathroom's open. You know, Chief doesn't talk about his girlfriend, does he? He did say that he didn't plan to marry her, huh? He's so perfect at his job, I just kinda assumed that he was the same way in private. In school? He never dated girls that he wasn't fully committed to. All the girls said he was just too... defensive. Ask him about it, Toby. Aw, come on, that's not fair. Okay, dann haben wir hier alle durch. Checken wir mal die beiden. Die sind, glaub ich, auch noch wichtig für die Story irgendwie. Okay, so... Would you like to speak to Lindsay? Would you like to speak to Martha? When you have a lot of things to do, do you write them down on a piece of paper? When you have lots of things to do, do you just remember them? This one? I don't think Mr. Morgan would say that. Twenty years ago, Mr. Morgan picked up a ball for me at the tennis court. Twenty years ago, Mr. Morgan worked in an ice cream shop to pay his tuition. Mr. Morgan likes vanilla ice cream. Mr. Morgan likes pouring maple syrup on vanilla ice cream. Oh. The cheese stretches. It is five days until the time of freedom. What are you talking about? It's time for us to save you. Good night. See you tomorrow. is now a�리 out of train sozusagen? You must come to an ice cream bucks. You are still in Stray sheep. nivel funding before you were always a raft gypsy. I'd think you had to die the nose Rod ben. Why drink you once again? Go be really careful because you don't care if you live just for yourself. Ich tue, was mir gefällt. Du musst mir nicht ständig im Nacken sitzen. Tschüss. Oh, shit. Oh, man, das tut mir ein bisschen weh einfach. So, was geht denn bei den beiden hier hinten? Die Kette hat hier heute besser geworden, nicht wahr? Alles зависит auf, wer in der Kette ist. Alles klar, ich weiß, ich bin ein schrecklicher Kastner. Insofern habe ich dieses tolles Restaurant den letzten Tag gefunden. Der Chef ist ein bisschen wunderschön, aber seine Kette ist zu sterben. Also, wir haben uns aus dem Kette kaufen, unsere Kette zu kaufen. Wir haben es nur geäußert und es ist gut, zu gehen. Der Boss hat das Kastner gemacht, aber er hat heute eine schlechte Kette. Was ist dort eigentlich mein Ziel, lese ich gerade. Ich versuche, theoretisch sie zu daten. Weil sie ist halt der neue Content. Und ich möchte gerne sehen, was sie zu bieten hat vom Ending her. Aber sollte das nicht klappen, möchte ich eigentlich ganz gerne die blonde Catherine daten, weil ich weiß, dass ihr Ende einfach mega crazy ist. Und irgendwie hat die blonde Catherine auch wieder ein neues Ende, welches auch mega gut ist. Wo ich sagen würde, das möchte ich dann auch eher haben, als alles, was die grauhaarige Catherine mir bieten kann. Daher möchte ich lieber den coolen Content zeigen, anstatt den Standard-Content, den du halt siehst, wenn du nett zu anderen Catherine bist. Und wenn du halt nett bist, ist dieses Ausschlag-Meta halt am Ende einfach nur im grauen Bereich. Und du bekommst einfach so ein super lahmes Ende. Und, ähm, nee, brauche ich nicht. Ich möchte den coolen Stuff haben, nicht den lahmen Stuff. Und, ähm, nee, brauche ich nicht. Und, ähm, forgetting ein paar Dinge für mich selbst. Wenn du nicht mehr erinnerst, vielleicht ist es nicht so wichtig. Vielleicht ist das auch für mich. Wren. Aha, okay. Sehr liberal, das Ganze. Okay. Okay. Geht bei dir. Okay. Hier geht auch nichts weiter. Ich glaube, ich habe schon geredet. Ich glaube, ich kann mich noch an die Bar setzen, oder? Ich glaube, ich bin ein paar. Der Trick zu einem langfristigen Verhältnis ist, ehrlich gesagt, dass wir so wenig Zeit zusammen mitnehmen können. Du hast eine Mail. Oh, Eva! Oh, sorry. Well, whatever. Excuse me. Oh, du bist neu. Huh? You're gonna bother a cop on his break? This bar is really fancy now, having hired a piano player and all. You wanna ask me about that incident? I'm not gonna be much help. But it's been around your age who are dying. So be really careful. You don't seem too interested. Eh, no evidence has come up yet, and I'm on another case. Gotcha. I'm Morgan. If I find anything out about this incident, I'll tell you. So don't worry about the strange rumors. Well, I don't really care about the rumors. You look tired. Don't get too drunk, okay? Okay. You got a mail. Okay, okay. Verstehe. Hehehe. Schmatz. Oh, ich hab ein neues Foto gemacht. Hier. Warte wieder in der Bar auf mich. Vielleicht... Wer weiß. Passieren dann noch mehr schöne Dinge. Ohhhh. 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 Los geht's. Los geht's. Das müssen wir uns angucken. Wenn das dafür sorgt, dass das Video wieder nicht für Werbetreibende erlaubt ist, dann ist es das wert, ehrlich gesagt. Das war das jetzt da drin. So warte. In, das hier. Bild. Huuu. Hahahaha. 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 Holy shit, Brudi. Oh mein Gott. Hahahaha. Wow. Was für ein Foto. Hahahaha. Genau mein Fall. Hahahaha. 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 Ach du kacke, man. Hahahaha. Hahaha, was nice! Crazy. Oh, warte! Oh, ich kenn' ich doch! Romance is such a pain. Okay, you can't be serious, can you? Romance is such a... okay. Okay, vielleicht habt ihr noch nicht so viel zu sagen. From the sound of it, Rin's been staying up all night practicing piano. I hope all that hard work pays off. Yeah, I'm sure it will. Wait, if that was happening next door, wouldn't you have heard it by now? Those walls are pretty thin. And the bar is closed at that time. Where the heck is Rin practicing? Uh, mysteriös, so könnte sie nur sein. Hm, vielleicht übt sie in meinen Träumen. It seems a group known as the police called. They said no one's come forward with any information about me. I guess that means I wasn't important to anyone. Oh, we'll say that. I'm sure there's a good reason. You'll be okay. You've got Erica and the rest of us here to help. Yeah, I guess you're right. Thank you. Vincent, are you okay? What do you mean? Oh, um, nothing. It's getting late. I was just wondering if you're going home soon. Just a hunch, but I think you're going to be pretty busy tomorrow. Really? Okay, then I'll keep that in mind. Crazy. Ich glaube, es ist immer wieder Zeit für ein bisschen, bisschen Drunk Trivia, ehrlich gesagt. Oh, das machtju doen. Und das wirklich bedeutet, dass eine Verkaufnahme ist, oder? Dieses Monat, ich bin sehr schnell. Ich glaube, ich bin Pregnant. Ich, eine Familie zu erzeugen? Das klingt nicht genau wie eine Rezepte für Erfolg. Ich weiß, dass es so gut ist, aber hier ist ein Trivia für dich, als du zu Ende hast. Es gibt zwei Möglichkeiten, um zu klassezieren. Short und Long. Short drinks haben eine hohe Verständnis von Alkohol. Sie sind in kleinen Blasen, so sie können sie konsumiert, während der Cocktail ist noch kohol. Auf der anderen Seite, Long drinks sind Cocktails zu sein, um zu beendet werden, für eine lange Zeit. Sie sind in eine große Blasen. Wenn du willst, deine Zeit zu nehmen, diskutieren, die Sinn der Leben über ein Drink, oder gulpen es, und es geht es mit. Das war die Trivia für heute Abend. Entfernen Sie schon? Yo, Erika, ich habe ein Urlaub. Du willst noch ein Drink? Ich habe ein Wein. Sake, bitte. Ich nehme eine Bier. Bier? Du hast es. Hier ist dein Drink. Entschuldigung, aber wir werden bald zu Ende werden. Ich brauche Sie zu hören. Und, wenn eine Frau sagt, ihr liebt, sie ist Kind, ihr Herzится mit Angst. Ich verstehe. Kathrin muss sich darüber nachdenken. Du musst sie sie telefonen. Er hat gesagt, ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe. Sie hat mich vor, ich habeしょig fühlt. Oh, was that name cursed way too close to I know this is sudden, but here is some trivia about wine, now that you've emptied your glass. Did you know that it's best to store wine bottles on their sides for long-term preservation? Maintaining a tight seal between the cork and the wine supposedly prevents oxygen from entering the bottle. Proper storage is important, the long-term preservation of an aging wine. They often say that a well-slept child is a well-kept child, and that was the trivia for tonight. Empty already? What would you like? Yeah. I'll try sake. Sake, please. I'll take a beer. Beer. Hold on just a second. Be careful not to drink too much. I'm surprised no one's come forward with any information about Rin. Maybe no one's realized she's missing yet. Hmm. I wonder what her story is. Are you still drinking? You got a mail. Dein gemeldtes Jubiläum? This is the Photospeicherservice. We thank you for your support. Your goal is today a special day and we send you to this purpose a photo from the past. Oh, this takes me back. Stellt euch vor, ihr macht euer Handy auf und das starrt euch entgegen, Alter. Traurig. Um, she's pregnant. And that really means marriage, huh? Whew. This month, I'm running really late. I think I'm pregnant. Me, raising a family? Doesn't exactly sound like a recipe for success. Hmm. I know this is sudden, but here is some trivia about sake for you, as you seem to have finished your cup. Did you know that there are different words used to describe the varying temperatures of cold sake? Sake served at zero degrees Celsius is called Mizorazake, and every five degree increase above that has its own name, such as Yukihie, Hanahie, and Suzuhie. Such a poetic way to express their virtue. Use the names with flair, and impress your friends. And that was the sake trivia for tonight. Empty already? What would you like? Yeah. I need a beer. Sake, please. I'll take a beer. Beer. Hold on just a second. Be careful not to drink too much. Ich finde halt diese Cocktail-Trivia, die du bekommst, leider echt richtig cool, weil das halt auch Sachen sind, die irgendwo auch stimmen, glaube ich, und ist schon ein bisschen cute gemacht. Das mag ich sehr gerne. By the way, you think Rin will ever get her memory back? I don't know. There might need to be something to trigger it. Maybe playing that piano will help. Anyway, let me know if anything happens. I got your back. You got a mail. Huh, 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 huh? Huh, huh, huh? Crazy. Ich lauf antworten. Strange, aber gut. Ich lauf antworten. Especially when I was in my thirties. I started to blank out on amounts I used to be able to handle in my twenties. And then I'd wake up lying next to a complete stranger. Ah, so what has happened? I'm in a complete stranger's house. But that hasn't happened to me. I'm at the police station, stark naked, right? No. The nakedness of woman is the work of God. To misappropriate the musings of a certain someone. In front of God's work of art, it's only natural that your faculties are... Preoccupied. Well, just don't worry about it. Uh, I guess I won't. I'm gonna head home. Excuse me. Uh, shit. It's this late already? If I don't go home, I'll make Catherine worry again. Hey. Hey, Vincent. We're all heading home. How about you? I'm sticking around a little more. Need some time to think. Vincent! I'm going home now. Thanks for stopping by. It's almost time. Quit trying to delude yourself and calm. Did I just hear something? Vincent, over here. Let's have a drink. What? Hm? Los geht's. Waifu is da. Don't call me that. That's embarrassing. What do you want to do today? Uh, actually, I... The perfect toy for a healthy baby. So much fun. Huh. Hey. Uh, hello? Hey, why are you just staring at the TV like that? Oh, um... Hm? When a baby won't stop crying, you have to gently... A baby? Oh, I get it, Vincent. All right. There, there. It's okay. What's going on? Um, what was that? This is what you wanted, right? You were staring hard at that baby on TV. Oh, no. I was... Now you're my little baby. Don't you worry about a thing. Uh... Something wrong? You're being awfully quiet. Is your tummy grumbling? You want mommy's milk, don't you? Huh? Uh, hehehe. Wha... Uh... 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 There's no need to worry. You'll get something real soon. What do you want to do today? I have something to do. What? You're so cold, jeez. Okay, dann können wir, glaube ich, gehen. Hey, are you going home? I have something to do. Already? Well, bye bye, Vincent. We can't just stay the same. You're going to have to watch yourself from now on. You know what I mean, right? Oh, but I plan to go back to work after having the baby. We'll just have to split up the housework, okay? You can't throw your clothes everywhere anymore. And all your late night drinking isn't cheap, you know. So I'll be handling all our bank accounts. Of course. We'll be dealing with before it starts. Bye. 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 Bye.